Hallo und herzlich willkommen bei mir im Wohnzimmer zur Verlosung von dem Lixader Spiritusbrenner. Ja, warum bei mir im Wohnzimmer und nicht draußen im Wald? Also ich habe vor ein paar Tagen einen Fahrradunfall gehabt, habe da ordentlich den Adler gemacht und habe mir die Rippen geprellt und von daher kann ich noch nicht so wirklich gut den Rucksack tragen und dann habe ich halt entschieden, ich mache es hier im Wohnzimmer. Ja, zur Verlosung, also ich habe zehn gültige Stimmen bekommen oder zehn gültige Einsendungen, wenn man so will, habe die hier in meinen alten, in meinen allerersten Walking Eddy Hut reingesteckt, den habe ich noch und ich würde sagen, gar nicht lange schnacken, ich gucke in die Kamera, dann könnt ihr sehen, dass ich nichts sehe. Okay, so, dann gucken wir mal, jo, ich habe ein Los und gewonnen hat Mike Theobald. Ja, ich würde sagen, Mike, du meldest dich bei mir und dann schickst du mir deine Adresse und dann schicke ich dir das Teilchen zu. So, ich bedanke mich bei allen, die teilgenommen haben, hat mir wirklich Spaß gemacht, waren viele nette Kommentare, die ich zu lesen gekriegt habe, eine klasse Sache. Ja, dann bleibt mir nur noch zu sagen, falls wir uns dieses Jahr nicht mehr sehen, wünsche euch schöne Weihnachtstage, wenn ihr Weihnachten feiert, ansonsten wünsche ich euch ein geruhsames Jahresende und einen guten Rutsch ins neue Jahr, ins hoffentlich viel bessere neue Jahr. Also, ciao.